Und ich begrüße Andreas Rinke von Reuters in Berlin. Herr Rinke, die Äußerung gestern von dem Ministerpräsidenten Kretschmer aus Sachsen, Gas aus Russland nach Ende des Krieges in der Ukraine wieder zu beziehen, hat ja heftige Diskussionen ausgelöst. Sind das eigentlich Rufe von Ewiggestrigen jetzt wieder Gas aus Russland beziehen zu wollen? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen, auch wenn das natürlich ein sehr kontroverser Vorschlag ist. Ich muss daran erinnern, dass wir ja auch bis zum Stopp der russischen Lieferung Gas noch aus Russland bezogen haben. Das ändert ja nichts daran, dass man komplett unabhängig werden will von russischem Gas. Aber die Frage heißt, was Unabhängigkeit heißt. Lieferungen von fünf oder zehn Prozent nach Kriegsende könnten ja theoretisch möglich sein, ohne dass man wieder abhängig wird von Russland. Aber ich glaube, die Kritik entzündet sich vor allem daran, dass der Vorschlag so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil das im Moment überhaupt nicht die Debatte ist. Im Moment ist die Debatte, dass man von russischem Gas sich unabhängig machen will, andere Bezugsquellen sichert. Und das ist, glaube ich, die im Moment vorherrschende Aufgabe. Die Union fordert ja immer ein Machtwort vom Bundeskanzler Scholz, wenn es mal innerhalb der Ampelkoalition knirscht. Wäre jetzt nicht eigentlich auch mal ein Machtwort des CDU-Parteivorsitzenden gegenüber Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, angebracht? Na ja, mit Machtworten ist das immer so eine Sache in der Politik, vor allem im föderalen System in Deutschland. Ein Fraktions- und Parteivorsitzender kann einem Ministerpräsidenten schlecht untersagen, seine Meinung zu sagen. Zumal man anerkennen muss, dass in Sachsen die Stimmung eine ganz andere ist. Auf die muss Herr Kretschmer natürlich auch reagieren. Und ich denke, da wird die Einflussmöglichkeit von Herrn Merz auf den sächsischen Ministerpräsidenten dann doch eher begrenzt sein. Wir thematisieren ja gerade so ein bisschen das Thema Russlandfreunde. Und da fällt mir noch ein anderer Name ein. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, der fordert jetzt von der Bundesaußenministerin mehr Diplomatie mit Russland. Das klingt ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Ja, da haben Sie recht. Das klingt so, weil im Moment die russische Seite den Konflikt ja eher nochmal eskaliert hat mit der Teilmobilisierung. Ich glaube, dass zwei Motive dahinter stecken, hinter dem, was Herr Mützenich sagt. Zum einen hat er immer gesagt, dass dieser Diplomatieanteil stärker betont werden muss. Hat nicht so ganz erklärt, was das heißt, in einer Phase, Russland immer noch weite Teile, muss man ja sagen, des ukrainischen Südens und Ostens besetzt hat. Aber er hat immer klargemacht, dass er so eine Balance möchte, um ihn ein bisschen zu verteidigen. Er hat, glaube ich, nie klargemacht, oder er meint damit nicht, dass die Ukraine jetzt Forderungen aufgeben sollte. Aber es gibt so dieses Bedürfnis danach, dass auch geredet werden muss. Ich erinnere daran, dass ja auch Macron und Scholz unter anderem ab und zu mit Putin telefonieren, ohne da jetzt irgendwelche Forderungen der Ukraine aufzugeben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass es natürlich auch eine Kritik an der grünen Außenministerin ist. Herr Mützenich hat sich jetzt schon mehrmals an grünen Politikern abgearbeitet. Und ich glaube, man muss das auch so ein bisschen als Retourkutsche verstehen für die Forderung von Frau Baerbock und der Verteidigungsministerin, jetzt noch mal 1,5 Milliarden Euro für Waffenlieferungen bereitzustellen. Sie beobachten ja nicht nur die deutsche Politik, sondern auch die europäische Politik sehr genau. Ich habe ein bisschen den Eindruck, auch gerade nach den Diskussionen jetzt vom Wochenende, in Deutschland wird viel mehr über Sanktionen gegen Russland diskutiert, als es beispielsweise in anderen großen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien passiert. Ist das subjektiv richtig, objektiv richtig oder sehen Sie das anders? Nein, das ist definitiv so. Ich erinnere auch an diese Panzerdiskussion, die eigentlich in anderen verbündeten Ländern kaum stattfindet. Es gibt sie. In Spanien etwa gab es die, aber in Frankreich, ein anderes Land, was ja theoretisch auch Panzer liefern könnte, hat es die eigentlich nie so gegeben. Ich glaube, das hängt einfach mit unserer besonderen Geschichte mit Russland zusammen und der Tatsache, dass wir als Deutschland nun mal das größte und stärkste Land in der EU sind und sich mehr Augen, als das früher der Fall war, auf Berlin richten. Und wenn Berlin in die eine oder andere Richtung entscheidet, dann gilt es schon so ein bisschen als Leitentscheidung auch für andere europäische Partner. Wenn wir jetzt gerade über die Europäische Union reden und auch möglicherweise über die europäische Aktie zwischen auf der einen Seite Deutschland, dann auf der anderen Seite Frankreich und Spanien, dann merkt man ja gerade seit dem Gipfel letzte Woche, es knirscht ein bisschen im Getriebe der EU, vor allen Dingen zwischen Frankreich und Deutschland. Zum Beispiel sind ja die deutsch-französischen Konsultationen diese Woche abgesagt worden. Das klingt ja nicht alles danach, als würde die EU voranschreiten, gemeinsam und untereinander gehakt. Es gibt definitiv Probleme in der EU im Moment. Wir haben in Italien einen sehr schwierigen Regierungswechsel, bei dem die Partner noch gar nicht wissen, was für eine Art von Politik von dieser rechtsgerichteten Regierung ausgehen wird in Richtung Europa. Sie haben eben erwähnt, auch zwischen Deutschland und Frankreich knirscht es. Das ist zwar im Prinzip nichts Neues, läuft aber im Moment eher unglücklich auch von der Kommunikation her, denn die Absage von Regierungskonsultationen mit unserem engsten Partner wirkt natürlich als Krisenzeichen. Und dahinter steht zum einen, dass es inhaltliche Differenzen gibt, in der Energiepolitik vor allem. Aber es war, glaube ich, auch eine unglückliche Kommunikation und Planung auf der deutschen Seite. Wenn einige Kabinettsmitglieder nicht mitreisen wollten, dann ist das natürlich für Paris eher ein Signal, dass man diese deutsch-französischen Regierungskonsultationen anders als früher nicht ganz so ernst nimmt. Gerade nachdem es jetzt mit großen pompösen deutsch-spanischen Regierungskonsultationen gab, die sehr, sehr hochkarätig aus Berlin besetzt wurden. Hat das doch alles etwas mit dem Auftreten von Olaf Scholz beim Gipfel zu tun? Er hat sich da ja relativ hart gezeigt, wenig kompromissbereit. Und ihm wurde ja auch vorgeworfen von diversen Staaten, dass sich Deutschland gerade isoliert. Ja, ob sich Deutschland isoliert, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil man vergisst, dass auch viele kleinere Staaten, die jetzt nicht so lautstark auftreten, natürlich eine deutsche Position teilen. Ich glaube, ein Problem im Moment, gerade mit diesem 200-Milliarden-Paket, auf das Sie wahrscheinlich anspielen, ist natürlich, dass auch da die Kommunikation nicht so richtig funktionierte. Das war eine sehr schnelle, für die Öffentlichkeit und für die Partner, sehr schnelle Entscheidung in Berlin, weil die Ampelpartner so lange brauchten, sich zu einigen. Und viele von den EU-Partnern sind davon einfach überfahren worden, inklusive der französischen Regierung. Und das ist nicht gut. Das provoziert Kritik und enorm viel Klärungsbedarf, dass das eben in Deutschland als größtem Staat gar nicht so eine riesige Summe ist, dass die Summe für zwei Jahre ist, währenddem andere Hilfsprogramme für ein Jahr haben und, und, und. Aber das erklärt, glaube ich, einen Teil der Kritik, die es da gegeben hat. Das sind Einschätzungen von Andreas Rinke aus Berlin, von Reuters. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.